willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast adventskalender marcus und christian wünschen dir viel spaß beim hören des heutigen türchens falalalala hallo christian hallo marcus und hallo marcus hallo 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 ein wunderschönen guten tag wie ihr hört sind wir wieder total professionell unterwegs ja 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 wir sind hier wir haben uns hier heute versammelt lieber christian um eine aufnahme zu starten heute aber ein bisschen anders denn man sollte dazu fairerweise sagen man müsste es eigentlich nicht sagen aber ich finde es eigentlich mal ganz gut damit man so eine realistische einschätzung hat wir haben das ganze ding ja schon mal aufgenommen was jetzt kommt wir möchten euch heute ein weiteres spiel vorstellen richtig und da ist mir leider ein teil der aufnahme irgendwie abhanden gekommen ich weiß ich weiß immer noch nicht wie das jetzt funktioniert hat aber irgendwie ist es weg naja ja und da das der entscheidende teil tatsächlich vom spiel gewesen ist haben wir uns gedacht machen wir nochmal neu deswegen ist das jetzt ganz ist das jetzt natürlich nicht ganz so spontan wie wir es beim ersten mal gemacht haben aber keine sorge es wird deswegen nicht professioneller darüber könnt ihr euch im klaren sein ja genau was was hast du uns mitgebracht ja und zwar möchte ich euch heute gerne ein spiel vorstellen nochmal und zwar das wunderschöne kartenspiel lovecraft letter erschienen bei pegasus spiele für zwei bis sechs spieler und wer die love letter spiele kennt der wird auch lovecraft letter von der mechanik her auch ziemlich gut kennen können sagen wir es mal so natürlich gibt es ein paar kleine feinheiten die es da gibt aber vom basisprinzip her ist dieses spiel genau wie das normale love letters aufgebaut und zwar habt ihr in der mitte sehend hier ich muss dazu sagen markus und ich sitzen jetzt gerade am tabletop simulator und machen das ganze online deswegen wundert euch nicht wenn ich jetzt hier sage ihr könnt ihr jetzt sehen und bla und dies und genau also für diejenigen die das in der audioform hören ihr seht natürlich nicht ja und für diejenigen die patreon unterstützer sind und das video dazu auch über patreon sehen können übrigens dazu patreon.com slash mindcast minus podcast nein quatsch slash mindcast podcast verdammt total verkackt herrlich professionell professionell genau ich versuche das was du erklärst für die kamera jeweils so ein bisschen größer zu zeigen zum beispiel diese schönen schönen karten einfach mal in groß an sich zu zeigen was im tabletop simulator sehr schön und sehr schnell geht das ist sehr toll ich mag das vom designer jetzt schon total dass da aus dem briefumschlag was rausgekrabbelt und rausgekrochen kommt so eine kleine was ist es eine kralle irgendwie ja das ist ja das ist ich würde sagen es ist ein zeigefinger mit kralle wie wie schon gesagt ihr habt ein nachziehstapel in der mitte eine karte wird rausgelegt und ziel des spiels ist es alle anderen spieler aus dieser runde ausscheiden zu lassen und wie das funktioniert erkläre ich euch und zwar die karten die karten die ihr nachzieht die haben ja bestimmte fähigkeiten ich denke markus könnte mal so nett sein und einfach mal die listen mal kurz ein bisschen groß machen so gute liste genau es gibt eine gute liste in dem sinne heißt also es ist möglich in diesem spiel wahnsinnig zu werden so und deswegen gibt es eine liste mit den fähigkeiten wenn man noch nicht wahnsinnig ist und es gibt eine liste mit fähigkeiten die dann da sind wenn man ein bisschen wahnsinnig ist wie man das wird erkläre ich euch gleich am besten im spiel ist wahrscheinlich einfacher aber wie gesagt wenn wir uns mal die liste der karten für die ich sag mal für das nicht wahnsinniger ansehen könnt ihr schon sehen die karten haben verschiedene werte von 8 bis 0 dementsprechend es gibt es karten da ist dies von hoher wichtigkeit weil man dann die karten vergleicht zum beispiel bei der nummer drei die große rasse der jess damit die hat die fähigkeit dass man zwei oder dass man das zwei leute die handkarten vergleichen und die kleinere nummer scheidet aus das ist zum beispiel eine der möglichkeiten oder man hat die katzen von ulsa stufe 2 dass man sich die handkarte eines anderen anschauen kann oder nummer 6 render of karta einfach die karten austauschen das ist so ein sehr taktisches spiel und was man noch in den klammern dahinter sieht hinter den namen man sieht wie oft es diese karten dann in dem spiel gibt und das ist natürlich auch wieder so ein kleines taktikelement weil man kann sich einfach vorstellen es ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten in dem spiel dann kann man sich so ein bisschen ja kann man so ein bisschen durchrechnen okay wer könnte noch was auf der hand haben was liegt schon draußen wie viele von denen liegen schon draußen und sehr wichtig ist das zum beispiel bei der stufe 1 karte den investigatoren weil da muss man raten welche karte ein anderer spieler auf der hand hat so und natürlich kann man die chancen dadurch erhöhen wenn man weiß okay es ist zum beispiel nur eine ekonomikon karte oder ein silberner schlüssel in der im ganzen spiel vorhanden dann kann man das schon so ein bisschen per ausschluss verfahren machen und ja wenn man dann die richtige karte errägt ist der spieler raus sind alle spieler draußen und man hat keine sogenannte wahnsinns karte genutzt bekommt man einen token den ich jetzt gerade mal auf den tisch gelegt habe aber ich habe natürlich die falsche seite bin ich gut wenn man zwei dieser tokens hat ohne wahnsinnig zu sein hat man die ganze runde gewonnen wird man oder gewinnt man diese runde weil man oder mit wahnsinns karten dann braucht ihr drei tokens drei grüne oder zwei weiße damit habt ihr die komplette runde wow ist der riesig danke den token habe ich auch vergrößert wieso war mir das klar wieso war mir das klar wie gesagt mit zwei tokens wenn ihr nicht wahnsinnig seid oder mit drei tokens wenn ihr wahnsinnig seid habt ihr die komplette runde gewonnen die andere seite ist ein schönes abbild des großen kthulhu oder oder wenn man so ein bisschen marble vorbelastet sind heilhydra okay kannst du bitte keinen heilhydra gruß im podcast machen vor allem nicht in videoform die leute die das ganze jetzt irgendwie gerade mal die leute die das gerade gemutet haben denkst du what the fuck was da denn los spulen zurück alles klar schneiden wir raus kein problem auf gar keinen fall vergesse ich eh sehr gut sagen wir mal ehrlich was sagen wir mal ehrlich ich werde es eh vergessen das wirst du das wirst du naja egal wie gesagt zwei tokens der sane effects habt ihr gewonnen drei tokens der insane effects habt ihr gewonnen so wie läuft eine runde ab jeder spieler zieht erstmal eine karte sollen wir das einfach mal machen markus ja du ziehst eine karte ich ziehe eine karte so jeder guckt seine karte an okay alles klar ich habe diese karte die ich jetzt nicht näher nennen würde weil christian ist ein fucking taktiker und weiß dann schon ganz genau was er tun muss man muss dazu sagen in der ersten aufnahme habe ich natürlich ganz rein zufällig gewonnen und ganz rein zufällig ist diese entscheidung nicht mehr da nachtigal ich höre die trapsen dinge passieren dinge passieren wir müssen jetzt so lange aufnehmen bis ich gewinne richtig so nein ist mir eigentlich komplett egal natürlich erzählen die spieler nicht gegenseitig was sie auf der hand haben jetzt beginnen wir mit der ersten runde markus möchtest du anfangen möchtest du eine weitere karte ziehen ja möchte ich okay markus bitte zieh eine weitere karte ich habe eine neue karte gezogen genau währenddessen erkläre ich und zwar markus hat jetzt zwei karten auf der hand er muss zwingend er muss eine karte jetzt davon ausspielen bitte markus spiele eine karte aus ich spiele das goldene meet genau oder im deutschen heißt diese karte weltraum meet was ihr schön in der oberen linken ecke jetzt sehen könnt ist dass die zwei die ist jetzt grün unterlegt das bedeutet markus hat sich jetzt gerade wahnsinnig gemacht wahnsinnig sein hat jeweils einen vor und einen nachteil der nachteil ist jedes mal wer markus jetzt dran ist muss er erst eine karte ziehen sollte die nummer da drauf schwarz sein ist alles gut sollte es eine weitere wahnsinns karte sein die er zieht ist blöd weil dann hat er die wahnsinns prüfung nicht geschafft und ist ausgeschieden sollte er die wahnsinns prüfung schaffen und spielt dann eine weitere wahnsinns karte von der hand markus wärst du mal so nett die grüne liste zu zeigen ja dann dann tritt die grüne liste in kraft die grüne liste sind diese sind die sogenannten wahnsinns effekte die doch deutlich stärker sind als die normalen effekte wie gesagt der nachteil ist man muss erst die wahnsinns prüfung bestehen damit man diese dann auch wirklich nutzen kann gut ich werde da jetzt erstmal nicht so näher darauf eingehen aber was man jetzt dazu sagen kann zum beispiel die karte nummer 6 6 ist dann zum beispiel nyalatotep und er hat die fähigkeit er hat die fähigkeit einfach dass der spieler alle karten oder alle handkarten auf dem tisch einsammeln kann von jedem spieler und sie in einer beliebigen reihenfolge wieder ausspielen darf oder das lieber ivones damit ist man für den rest dieser runde komplett geschützt man kann nicht ausscheiden ein space kondom es sei denn man schafft die wahnsinns prüfung nicht dann ist natürlich ein bisschen doof aber das einfach mal sind zwei der effekte oder die karte die der marcus jetzt gerade ausgespielt hat in der normalen version weil er jetzt vorher noch nicht wahnsinnig war gilt der normale text dass man warte jetzt muss ich gerade mal gucken könntest du das einmal kurz vorlesen was der normale text ist genau er kann sich jetzt die handkarte eines anderen angucken quasi genau wie die katzen von ulthar die das ist die stufe 2 karte für die normalen leute und in der wahnsinnsversion genau kannst du machen in der wahnsinnsversion kann es kann er dann ja so in der normalen version kann der marcus dann jemand anderen auswählen kann sein kann die handkarte gucken und dann gleichzeitig für sich selbst eine neue karte ziehen und andere ablegen aber da der marcus vorher noch nicht wahnsinnig war kannte er sich nur meine karte ansehen genau und marcus was hast du denn gesehen ich habe die investigatoren gesehen richtig die hast du jetzt gesehen jetzt weißt du ich habe eine investigatoren karte auf der hand genau gut dann machen wir einfach mal weiter ich nehme meine karte wieder auf die hand marcus ist fertig weil er eine karte ausgelegt hat er hat ihren effekt ausgespielt und ich darf jetzt eine ziehen so vielleicht nicht direkt nein ich möchte nicht den ganzen stapel hallo der christian spielt heute das erste mal mit dem tabletop simulator nur zur erklärung warte mal einfach schnell genau okay einfach schnell das ist technik gut jetzt habe ich meine zweite karte gezogen und ich spiele jetzt auch eine aus und zwar ich spiele einfach meine investigatoren aus so jetzt habe ich die möglichkeit zu raten was der marcus denn so auf der hand hat und da ich so ein bisschen die wahrscheinlichkeiten ausrechne und ein bisschen erfahrung mit diesem spiel habe werde ich jetzt einfach mal ins blaue raten marcus du hast eine drei auf der hand weil du vermutest dass ich eine drei habe denn wenn du sie richtig also wenn du jetzt richtig rätst dass ich eine drei auf der hand habe wäre ich draußen richtig nein ich habe keine drei auf der hand gut das muss ich dir jetzt mal so glauben ja gut marcus du bist dran mach bitte deine wahnsinnsprüfung bitte schreib nicht über das feedback formular dass ich eine drei in der hand habe ach moment die mails vom feedback formular krieg sowieso ich na egal was soll ich machen entschuldigung du machst bitte jetzt deine wahnsinnsprüfung also zieh bitte eine karte wie ging das nochmal erklär das dann nochmal ich ziehe eine karte genau du ziehst eine karte so jetzt drehst du sie um und hoffst dass es keine grüne karte ist okay Markus hat glück gehabt es sind investigatoren ist eine normale karte gut du hast eine wahnsinnsprüfung bestanden darfst jetzt nochmal eine karte ziehen und dann eine ausspielen die die ich jetzt ziehe ziehe ich aber auf die hand weil ich mir aussuchen kann welche ich ausspiele richtig richtig solltest du wahnsinnskarten auf der hand haben darfst du jetzt den grünen effekt nutzen weil ich die wahnsinnsprüfung geschafft habe genau du hast die wahnsinnsprüfung geschafft und bist jetzt wahnsinnig für dich gelten jetzt die grünen effekte mach mal ein bisschen Platz bei mir so okay dann spiele ich das lieber Ivones aus bin quasi diese runde immun richtig ich kann dich nicht mehr rauskicken genau das heißt im Prinzip habe ich die runde gewonnen weil wir zu zweit spielen prinzipiell schon aber du kannst noch quasi durch die wahnsinnsprüfung fallen na gut und dadurch dass du jetzt noch eine grüne karte gespielt hast muss ich nächste runde zwei aus zwei prüfen richtig pro grüne karten die vor dir ausliegen musst du jeweils eine wahnsinnsprüfung machen gut okay aber den Effekt von der gezogenen Karte den spiele ich da nicht aus nur wenn ich die von der Hand ausspiele quasi genau genau okay also kann ich die jetzt im Prinzip eigentlich verdecken also weil die brauche ich jetzt ja nicht mehr richtig richtig du kannst einfach so für meine Übersicht so ja es wäre nur nett wenn du wenn du die eins wieder genau damit ich weiß welche ausgespielt sind okay dann machen wir hier einen Ablagestapel für den Cheater gut dann darf ich jetzt eine Karte ziehen also das Spielprinzip ist im Kern erstmal simpel du spielst Karten aus und spielst einfach wie man es von vielen anderen Spielen kennt einfach die Effekte aus die auf der Karte spielen taktisch wird es dann wenn du sie lernst es im richtigen Zeitpunkt einzusetzen und noch taktischer wird es natürlich wenn du einberechnest welche Karten sind noch drin welche Karten sind schon raus richtig so dann spiel ich jetzt die Tieflinge oder die tiefen Wesen ist glaube ich der deutsche Name dafür ich meine auch tiefe Wesen ja so die haben genau die gleichen Effekte weil ich ja noch nicht wahnsinnig bin sondern jetzt erst wahnsinnig wurde haben sie die gleichen Effekte wie die Investigatoren ich darf wieder raten was du auf der Hand hast aber kannst mich ja sowieso nicht ausknocken richtig ist ist eigentlich egal ich vermute du hast eine 4 nein aber die Rateschance sollte man ja rein taktisch trotzdem nutzen weil du somit ja wieder rechnen kannst genau genau also du weißt jetzt dass ich keine 4 habe und auch keine was hast du vorhin gesagt eine 3 glaube ich ne genau na so du bist wieder dran mach bitte zwei Wahnsinnsprüfungen ja oh oh schade jetzt habe ich nämlich eine dritte ich habe keine Karte gezogen die schwarz ist von der Zahl her sondern eine weitere Wahnsinnskarte dementsprechend bin ich durch die Wahnsinnsprüfung gerasselt und habe mich selbst quasi rausgeschossen ganz genau der Markus hat mir quasi den Sieg jetzt geschenkt ne ich nehme mir jetzt alle Token nein einen Token ich will mir einen Token nehmen haha so okay da ich wahnsinnig bin wird auf die grüne Seite gedreht und die erste Runde habe ich gewonnen ne und dann wird das dann spielt man halt so viele Runden bis der erste wie gesagt zwei weiße Token oder drei grüne Token gesammelt hat ne ein sehr taktisches Spiel ich spiele es sehr gerne ne in einer Runde mit Freunden ist das eigentlich schon fast zu unserer Standard Runde geworden ne das Spiel es geht ja auch sehr schnell ne richtig das Spiel ist unheimlich schnell erklärt ne das ist so dieses klassische easy to learn hard to master ne ich finde das richtig schön als ähm als Spiel für zwischendurch wo man aber sich so ein bisschen Open End offen lassen möchte ob man vielleicht doch ein paar Runden mehr spielt oder einfach ein bisschen länger spielt ne genauso wie bei King of Tokyo zum Beispiel wo du einfach mal kurz fünf Minuten zehn Minuten spielen kannst oder auch einfach den ganzen Abend damit füllst richtig richtig finde ich ist das äh eine sehr angenehme Sache eigentlich und jetzt würde man quasi durchmischen du hast den Marker quasi um den Spielfortschritt festzuhalten also den Gesamtspielfortschritt das war jetzt ja quasi eine Runde du hast jetzt ja noch ein finales Spiel gewonnen von den Markern bräuchtest du jetzt drei glaube ich ne genau von den Wahnsinnsmarkern von den grünen Markern von den normalen bräuchte man nur zwei richtig ne weil das auch ein bisschen schwieriger ist als äh nicht wahnsinniger äh durchzukommen genau und jetzt würden wir quasi wieder jeder eine Karte ziehen genau wir ziehen einfach wieder jeder eine Karte können wir mal gucken ich hab jetzt äh genau wieder das lieber Ivones direkt gezogen sehr schön ähm und so würde es jetzt quasi weitergehen wie die erste Runde und dann würde man halt so lange spielen ähm bis man die entsprechenden oder bis der erste Spieler die entsprechende Markerzahl erreicht hat genau ein bisschen komplexer und wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlicher wird das Spiel natürlich dann wenn man das mit mehr als zwei Spielern spielt weil dann natürlich auch die Optionen die auf den Karten stehen natürlich ein bisschen äh ja ich sag mal flexibler sind also wenn ich jetzt die Hand eines anderen Spielers angucken soll dann hab ich jetzt hier nicht so viel Auswahl da muss ich den Christian nehmen ähm wenn man jetzt mit drei oder vier Spielern spielt hat man natürlich mehr Leute zur Auswahl wo man reingucken kann wo man denen auch nochmal ein Schnippchen schlagen kann genau und dann wird es natürlich auch nochmal spannend kann ich mir vorstellen ähm wenn jetzt ein Spieler kurz davor ist zu gewinnen dann konzentrieren sich die Anstrengungen natürlich unter Umständen ein bisschen mehr in diese Richtung ähm durchaus da nochmal da nochmal ein bisschen was rein zu grätschen ähm ja von daher ähm von mir aus auf jeden Fall auch eine ganz klare Empfehlung für das Spiel es ist schnell ja schnell gelernt ähm aber ich denke mal es ist so ne wie du schon gesagt hast so easy to learn hard to master und das ist ja bei bei vielen Spielen so wo man dann am Anfang erst so denkt ja ja toll das ist ja simpel das geht ja so schnell aber was man hat gar nicht so das Gefühl finde ich am Anfang also so geht es mir jetzt gerade der es jetzt länger nicht gespielt hat ähm dass man das Spiel groß beeinflussen kann weil man jetzt eben noch nicht so dieses taktische Denken hat in dem Spiel ich spiele es einfach eine Karte aus gucke jetzt okay ich habe zwei Karten auf der Hand zum Beispiel welche macht jetzt gerade für mich mehr Sinn ohne jetzt so diesen größeren Plan im Kopf zu haben oder so ein bisschen den Hintergedanken oder auch zu merken okay das ist eine Karte die kann mir schnell zum Verhängnis werden die werde ich lieber jetzt schon mal los oder das sind Karten da sollten die anderen vielleicht besser nicht wissen dass ich sie habe ähm und solche Geschichten durchaus ne wie gesagt wenn du weißt dass ich das Necronomicon habe und du eine Karte hast die mich irgendwie dazu bringt eine Karte abzulegen oder so dann ähm genau dann hast du die Arschkarte ne ich habe jetzt zum Beispiel die Eins auf der Hand ich weiß du hast eine Lieber Evonis du hast eine Vier du bist raus ich habe gewonnen so ich kriege einen zweiten fertig das war es dann auch für heute das war es dann auch für heute ja aber also ich finde es ist ein schönes Spiel und vom vom Setting her ist richtet sich das jetzt natürlich eher so ein bisschen an Ältere ich sage mal ja keine Ahnung Jugendliche oder so die dann vielleicht noch nicht verstört sind von irgendwelchen komischen Grafiken wo irgendwelche Finger aus Büchern kommen und so ähm aber wer das ein bisschen familientauglicher haben will kann natürlich auch das normale Love Letters spielen das Prinzip ist ja das gleiche genau nur ohne wahnsinnig werden genau und vielleicht auch von den Grafiken her ein bisschen bisschen familientauglicher das heißt je nachdem in welche Runde ihr das spielt ähm die eine oder die andere Variante nehmen und ähm mit Sicherheit auch wenn ihr jetzt ein Lovecraft Fan oder so in der oder ein Mystic Fan oder so in eurem Freundeskreis habt ist das vielleicht auch einfach mal ein schönes Geschenk für einen Spieleabend zu zwei zu dritt zu viert ähm ja oder einfach zum Weiterverschenken wenn ihr irgendwen mal ein Spiel spielen äh Spiel schenken möchtet dass ihr noch nicht äh dass er noch nicht im Regal stehen hat oder wo ihr denkt oh das könnte doch mal was sein so genau gut Markus möchtest du noch irgendwas sagen ja ich möchte tatsächlich noch was sagen ach was möchtest du denn soll ich ja ich ich lasse für mich sprechen Moment hey pst ja du wusstest du dass du den Mindcast auch über Patreon unterstützen kannst schau doch mal rein www.patreon.com slash Mindcast Podcast so das war der kleine Werbeblock des Tages und in diesem Sinne wünsche ich euch da draußen noch eine wunderschöne vorweihnachtliche Zeit je nachdem wann ihr den Podcast hört und habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten und wir hören uns dann auf jeden Fall auch 2022 wieder ciao 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 das war das heutige Türchen Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit fola la 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 bis zum nächsten Mal